shalom gesegnete geschwister in unserem hier jesus christus ich möchte euch ein traum erzählen die hatte ich letzte woche gehabt das war so ein traum das ein ganz große gebirgskette und diese spitze von dieser gebirgskette das war so scharf wie ein messer und ich bin im traum quasi ich halte mich an diese spitze von dieser gebirgskette und weil es so wahnsinnig scharf war lasse ich immer mich fallen und dann wieder kletter ich wieder hoch und wenn ich nicht mehr aushalten kann quasi dann habe ich sofort gedacht an diese beim aufwachen an sprüche 24 gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf und so quasi mit diesen worten bin ich aufgewacht und dann nach paar tage träume ich wieder die gleiche gebirgskette das war so interessant für zweite serie quasi von diesem traum und dann sehe ich auf diesem gebirge drauf oben auf diesem ganz scharfen kante auf oberen stehen geschwister und die halten sich ganz fest alle an die händen so richtig fest damit also alle aneinander helfen dass sie nicht runter fallen und dann bin ich quasi hingegangen und habe meinen platz angenommen und habe ich mich auch an die geschwister gehalten und die auch gehalten und das war so das ist absolut scharf man muss man wirklich wach sein um da zu stehen und zu halten durchhalten da braucht man wirklich hilfe von geschwistern damit man nicht einschläft oder so ich habe das auch gemerkt dass dann ich habe eine gute schwester angerufen und ich habe am telefon mitbekommen dass sie so geistige hilfe braucht dann war sie bei mir ich war sehr froh dann haben wir ganz lange gesprochen und ich habe sie wieder geholfen so aufbauen und dann habe ich an diesen traum gedacht das ist genau das dass man als braut von jesus sagt die andere braut ja jesus kommt bald kommt du musst eine lampe noch mal auffrischen voll von öl machen du musst dich deine augen auf hirn richten das ist genau wo wir uns festhalten und jetzt von dieser ganz scharfe kante vom berg nicht fallen lassen es gibt es natürlich immer solche fälle weil man sieht dass die geschwister einander nicht halten sondern von dem berg noch dazu runter schubsen aber das ist nicht die wille von jesus die wille von jesus dass alle geschwister sich richtig halten und und dass wir ein körper von jesus bilden besonders sind diese schwere zeit da wollte ich euch erzählen das habe ich geträumt jetzt am dritte elfte habe ich gesehen ein flugzeug ist angekommen und da sind für die treppe runter vom flugzeug so ganz coole personen so so richtig so wie jugendliche finden das cool so mit diesen schicke mode die komische große sonnenbrille und so schicke miki und dann sagt heilige geist zu mir guck mal genau hin ich sage okay dann gucke ich ganz genau hin dann sage ich moment mal da sind ja keine menschen das sind dämonen sie sagt ja genau das sind dämonen da sind keine menschen und dann war ich erstmal so schockiert und dann im traum weiter nimmt sie mich in die stadt und zeigt und zeigt und dann erkenne ich es war so irgendwie konnte ich das sehen im traum und dann habe ich erkannt und sage das ist ja hammer das sind ja dämonen und die jugendliche sehen diese coole menschen auf die straße und sie wollen sie quasi so ähnlich aussehen aber schon allein dieses gedanke so wollen zu aussehen wie die das macht schon die türen offen dass diese dämonen quasi dann reinkommen können also ich war so richtig schockiert im traum und da ist sich aufgewacht und noch mehr weil ich dann alles verstanden habe und an dem tag das war gestern 3.11 da hatte ich wieder mit meinem geliebten himmlischen vater schreibe im tagebuch und dann hat er mir gesagt das wort gestern geh nicht raus denk dich nicht ab bleib sitzen bei mir halte deine augen nicht weg von mir schau mal auf mich das ist jetzt sehr wichtig und dann sagt er sei jetzt sehr vorsichtig weil der satan hat überall diese steine stolpersteine geschmissen und fallen und er sagt buchstäblich überall du hast heute im traum gesehen wie die neuen dämonen die erde befüllen ich bin aufgestanden und ich werde nicht mehr mich hinsetzen bevor ich nicht sehe die das die rache oder so bis die gefäße mit meinem zorn ausgegossen werden dann habe ich quasi für mich verstanden dass war mental ist das wichtigste mental gibt so viel ablenkung der verein versucht uns absolut ablenken mit allen möglichen also auch super interessante informationen über alles möglichen welt aber durch diese ganze ablenkung ist es besonders wichtig zeigen dem herr dass wir nur die augen auf ihn richten und dass er unsere herr nicht irgendwelche nachrichten sondern er ist unsere herr und dass wir immer unseren geschwistern eine starke hand geben und halten dass wir alle zusammen durchhalten bis unsere geliebte könig der könige jesus christus kommt dann seid gesegneten jesus name geschwister und haltet eure lampen voll von öl kommt jeden tag zu himmlischem vater und betet ihn dass er feuer sein feuer auf dem altar euren herzen befüllt mit seinem salb öl von seinem thron dass jeden tag frisches öl bekommt amen schalom